Hallo zusammen, heute geht es um Babyhändling. Um Baby hochzuheben, fixieren Sie am Oberarm, mit anderer Hand schieben Sie unter den Schultern und fixieren Sie Kopfschmiedrei, zwei Fingern und mit anderem Hand am Gesäß. So können Sie vorsichtig hochheben und ablagern. Am Armchen sollte man nicht ziehen. Bieten Sie den Daumen an und Sie sollen selbst trainieren, Kraft aufbauen vom Arm und Schultern. Wenn Sie Baby auf die Seite lagen, genauso am Oberarm fixieren, an die Schulter, an die Seite rollen und dann auf dem Becken. Wenn Sie möchten Baby frisch machen, fixieren Sie beide Beine mit einer Hand oder Sie benutzen Wickelgriff, damit Sie das Baby gut frisch machen können. Die Beine sollte man auch durchbewegen. In dem, wo Sie Finger in die Kniekelle legen und ganz vorsichtig, ganz sanft bewegen Sie die Beine ganz locker vom Kind aus. Wenn Sie Baby auf die Seite lagern, fixieren Sie am Oberarm. Drehen Sie auf die Seite, fixieren Sie am Oberarm, drehen Sie auf die Seite, fixieren Kopfschmiedrei und dann drehen Sie das Kind auf die Hand. Und wenn ein Kind liegt mit Kopf nach unten, da passiert nichts. Kopfschmiedern kann etwas bis sie hängen und Kinder sind so ganz wohl in sich selbst und sie können in dieser Position auf den Bauch ablagern. Wenn Sie streichen und überrücken aus, Sie heben auch Kopfschmiedern gern. Sie genießen diese Position. Diese Stellung ist sehr empfehlenswert, mehrmals am Tag durchzuführen, nachdem der Nabelsturmrest ist schon abgefallen. Wenn Sie möchten Kind auf Ihren Arm holen und besonders auf den Schoß lagern, holen Sie auch noch mal hoch. Kopfschmiedern hängen nach vorne, Ärmschmiedern nach vorne, die Beinchen. Und Kinder bewegen Ihren Kopf auf eine Seite, auf andere und versuchen auch Ihre Rückenmuskulatur aufzubauen. In dem, wo Sie streichen aus, Sie unterstützen ein bisschen. Und zum Ablagern genau noch einmal fixieren richtig Kopfschmiedern, damit das nicht Kopf nach hinten abknickt. So genau auch auf dem Schoß, besonders auf die Knie zu lagern, Sie können Baby genauso fixieren, lassen Sie Kopfschmiedern nach vorne hängen, streichen Sie über den Rücken aus. Sie genießen diese Position, weil das entlastet sich auch bis er drückt auf den Bauch durch ihr eigenes Körpergewicht und die Kinder fühlen sich wohl. Und zum Ablagern zuerst Gesäß aufsetzen, deine Kopfschmiedern fixieren und Kopfschmiedern ablagern und zurück noch einmal rollen.